Wenn man außerhalb der Zink-Range dann rennt, ist das alles wieder heile. Geister? Nö, paar Runden Geister können wir noch zocken. Müssen wir ja nicht direkt um 12 Schluss machen. Hey, ist das Frag-Movie König von Unity. Junge, der ist richtig stolz auf seine Permiss-Videos. Lass den Junge nur. Junge, das sind solche Vollidioten, ne, Alter? Kronkost machen oder so, keine Ahnung. Hallo? Mit dem grauen Start-up war einfach Kicker, ne? Ja, Junge, Alter, so gut. Aber Haze hat halt übertrieben reingekackt. Ja, ich glaube nicht, dass er dich anfangen wollte. Das war so, ne? Ne, ne, aber trotzdem hat er reingekackt. Ich wollte eigentlich noch mitmachen, aber kann ich jetzt nicht mehr. Hat er dich getroffen? Ja, volle Möhre, Alter. Ja, der wollte, glaube ich, den Roller so anschneiden. Ja, der wollte er auch. Ops, Fynn ruft mich an und dann sagt er, das ist eine anonyme Nummer, der Idiot. Und ich gehe mit Elf Fynn dran. Was für Idioten, Alter. Ja, was ist das? Spiel mal nur ohne Geisterchen, ne? Ja. Habt ihr B-Ock? Ja. Wie viel hat der PC gekostet? Du kannst doch mitspielen. Jeder von euch kann mitspielen, muss egal werden. Will, Bruder. Ich bin doch gerade in der W-O-W-Perminkist. Geld, Geld hat der PC gekostet, Bruder. Ich komme darauf nicht klar in meinem Gehirn, ne, Alter? Habt ihr noch auf Beta, oder? Ich habe auch auf Beta. Ich habe auch noch auf Beta. Beta, sehr gut. Aber ihr spielt halt nicht im VR, ne? Diesmal nicht, ey. Ich meine, ich habe noch alles angeschlossen, ne, aber, ne, Alter. Hast du da so Kopfschmerzen vonbekommen? Jungen, mir ist richtig schlecht danach gewesen. Also, ich musste mich hinlegen. Motion-Sickness-Delivered. Ja, ja, volle Möver. Okay, Mila, du bist der Profi. Ich mache meine Mucke aus. Klär mich mal auf, was jetzt alles neu gekommen ist. Ist das schon dieses Riesen-Update gewesen, ne? Das ist eigentlich bisher nur das alles, was wir jetzt in der Beta auch bespielt haben. Ja. Plus, es ist so ein kleines Halloween-Ding, aber das ist mehr so in der Lobby. Oh, ich sehe das schon hier in der Lobby. Oh, krass. Kommen da irgendwie neue Geister oder so ein Kack? Also, das Licht, das bleibt... Nein, scheiße, was mache ich? Oh, Gott. Sind da irgendwie neue Geister oder so ein Kack? Ähm, ja, also, ich habe heute ein Geister-Model gesehen, was ich bisher noch nie hatte. Das ist die Scratch-Mädchen. Ähm, das aussieht, als hätte sie so einen Schlafanzug an. Okay, habt ihr schon eine Lobby auf, damit ich Spiel umscheinen kann? Ich habe eine Lobby, ich habe schon reingeschickt. Ähm, wie mache ich dir das Push-to-Talk aus? In-Game? Ähm, in den Optionen, bevor du in unsere Lobby reinkommst. Ja, unter Audio oder wo unter? Ähm, ich denke... Ähm... Ähm... Nämlich, wie jeder dieses Stracks-Game spielen kann, nur Front-Köpsel, das ist eigentlich mega geil. Ich dachte am Anfang auch voll der Much, Alter. Aber wenn du mal wirklich so Situationen hast oder gute Geister, Mann, die gehen dir richtig auf den Sack, dann. Das ist halt nicht für jeden was, ne? Ja, der ist nur am Meckern, der Typ. Ja, der ist nur am Reindrollen hier, Alter. Junge, was ist los mit dir? Juck die Fresse? Ich habe doch gar nichts gemacht, Bruder. Nee, ich meine dich nicht. Oh, ohne Nutz, Alter. Der Köpsel ist halt ein Miesepeter, Alter. Ehrlich. Ähm, ich hatte noch gehört, dass man, wenn man vom Geist gejagt wird und die Raucherstäbchen dann anmacht, wenn die einen verfolgen, dass der Geist dann so ein bisschen verwirrt sein kann und dich aus den Augen verliert. Aber ist halt blöd, weil du musst immer Räucherstäbchen und Feuerzeug dabei haben. Es gibt auf jeden Fall Runden, die langweilig sind. Aber es gibt auch Runden, die mega genau sind. Kann man irgendwie den Gamma einstellen oder so? Hallo? War es einstellen? Gibt es hier keine Grafikoption? Oh, du redest doppelt, ja? Ja, weil ich in-game rede und hier. Ich habe keinen Push-to-Talk-Am. Dann miet dich hier. Hi. Hi. Ja, du auch, Hi-Katze. Ja. Ah, jetzt hat man die, ah, okay, ich denke mal, das ist so dunkel, weil man jetzt auch Kameras hier hat, ne? Also Taschenlumpen, nicht Kameras. Wenn du 666 Körbe machst, dann kommt so ein Gewitter. Das hatte ich heute noch. Zwei Stunden eine Runde, Bruder, wie viele Dings hatte dir bei Pillen? Zwei Stunden niemals. Alle ready? Ich höre das, hm? Als ich das VR-Zeug da anhatte, ne? Das ist mega laut, ja. Also, als ich das VR-Zeug da anhatte, konnte ich hier am Korb gehen und konnte dann so einen Dunk machen, quasi. Kannst du dann mit VR so deine Hände bewegen und alles? Ja, ja, genau, genau. Ich habe mir am Schniedel rumgerummelt und so ein Scheiß. Warum wundert mich das nicht, Junge? Also, ich bin ready. Ja, T-Con, habe ich schon. Am 10. November kommt der Pre-Event. Also, kann eigentlich gestartet werden, ne? Ja, wir müssen starten. Ich nicht. Mila. Ja, dann, geh ran da. Mila, ran da. Mila, ran da, den Siebel, ja. Tch. Ach. Du bist am Fressen. Wir spielen gerade Beta, ja. Schmau. Schmau. Warte mal, mach mal, hä? Erstens, hört sich das mega eklig an, aber ich würde sagen, Chips. Welche? Funny Frisch. Ja, Geschmack? Hm? Welcher Geschmack? Ja. Ja. Ähm, da du bist, würde ich sagen, Schwanz. Fast. Deine Mama. Oh. Lustig. Und dein Geschmack, Sunny Taylor, oder wat? Take a look at the equipment, and when I record it, before starting the investigation. I've also written some notes on the white wall. Lele, not better. Ich brauch ein Foto. Das ist der David Garcia, das von Hernanis, der Bruder. Report this time. Be careful. You're going in blind. Der reagiert auf Gruppen. Der Jack lacht, Jürgen. Ich hab Fotokamera dabei, ne? Ich hab IMF. Ja, ich nütz erstmal Temperatur, den du nützt. Ich hab Thermometer. Wat, aha. Jay. Naja, wir sind schon voll, leider, Benni. Das war Spaß, Jay. Test, test. Nicht ihr Ernst nehmen. Warte mal, wat hast du wegen meiner Schwester gesagt? Ich hab gesagt, dass es Spaß war, die sollten sich ernst nehmen. Tup, tupi, tupi, tupi. Guck mal, Hase. Lass, Hase, Hase. Jo, ich hab wat gefunden, bei mir. Ich hab die Knochen hier gefunden. Wo? Rechts in der Abstellkammer. Welche Abstellkammer, Bruder? Hier haben wir gerade 8,9 Grad. 8,9 Grad direkt vorm Dinges. Hallo. Der. Der. Hallo. Da hinten in der Abstellkammer. Geh's rein. Ich hab auch ein Buch bei. Ich hab auch ein Buch. Okay. Wo ist Temperatur? Minustemperatur. Nee, aber wir sind bei 3,8. Wir holen dann in den Keller, Junge. Nee, da unten ist nix. Also dann hier. Naja, 1,6 Grad gerade. Kein Backseat Gaming. Ich weiß, dass ich den Knochen mitnehmen muss. Ich hatte nur keinen Platz in der Tasch. Oh, eh mit. Nein. Jo, wir haben Minustemperaturen. Habt ihr gehört? Minustemperatur. Äh, mach mal die Lichter auf. Ja, ja. Hab ich mich erschrocken schon wieder. Diese Huren sind scheiße. Bist du hier? Wie heißt der noch mal? Wie heißt der noch mal? David Garcia. David, David, komm raus, das ist dein Verstieg. David Garcia, gib uns ein Zeichen. Ich hab ne Fotokamera dabei. Ich hab nicht nur stampfen. Also, wer hat da geschraubt? David Garcia, schreib ins Buch, wenn du möchtest. Da ist mein Freundebuch. Hat irgendeiner n Teller rumgeschmissen? Nee, könnte der Geist gewesen sein. Ja, hier liegt nämlich n Teller auf dem Boden. Gib uns ein Zeichen. Es gibt manche Geister, wenn die sowas wie einen Teller werfen oder so und man das nicht mitbekommt, dann geht das auf deine Sanity. Soll ich nach oben gehen? Auf Hängerbrücke sehe ich hier noch keine. Ich auch nicht. Soll ich eigentlich hier unten sein? Soll ich nach oben gehen? Ich würde mal sagen, eigentlich ist der hier unten. Warum werde ich wieder allein gelassen? Ich werde fallen lassen. Oh nein, Johnny kommt zu mir. Johnny ist aus dem Fliegelflug. Und dann kommt er auf dem Fliegelflug. Hallo. Ja. Johnny ist raus. Johnny ist weg. Was hat der Disconnector hat? Ja. Ja, da müssen wir ohne den fertig machen. Warum hat der immer Disconnect in dem Spiel? Oh, EMF. Der hat schon wieder irgendwas hingeworfen. Ich habe das genau gehört. Steht schon was im Buch? Gefriertemperatur. Gefriertemperatur. Fingerabdrück haben wir auch noch. Oh, der hat geantwortet. Geisterbox. Gespenst, Maro, der Dämon. Wo, wo haben wir denn, haben wir eine Videokamera hier? Ja, zwei Stück. Zwei Stück haben wir. Schreib ins Buch, Bruder. Oder, oder öffne eine Tür. David Garcia, David Garcia, David Garcia, David Garcia. So mieser Motherfucker. Fingerabdrücken. Ja, der hat die Tür zugemacht, der Pisser. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Ja, ja. Bewegungsmelder. Das war knapp. Ja, soll man die Aufgaben noch erledigen, oder raus? Ähm, brauchen wir. Äh, lass mal gucken, ob das schnelle Aufgaben sind. Wir brauchen ein Foto von dem. Foto und Kurzifix brauchen wir. Und Wasser an einem Waschbecken, aber Kurzifix, wir können den so ein bisschen produzieren einfach mal. Wer hat ein Kurzifix, war ich? Den guten alten David. Äh, hab ich schon dahin geworfen. Ja, dann rein da. Er schmeißt wieder die Sache durch die Gegend. Dann lass den ein bisschen ärgern. Wenn die den ärgern. Hier liegt auch so ein... Ja, dann werf zwei Kurzifix in verschiedene Richtungen. Ja, mach ich. Einfach rein damit. Rind. Rind in Lachs. David Garcia, zeig dich. Amigo. Oh, der geht die Treppe hoch. Ich hab den. Ich hab das Foto. Oh, ich hab den. Ich hab das Foto. Nein, 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 nein Herr, der jagt doch gar nicht mehr. Fuck, das Schilder-Maut. Lucky? Nicht passiert. Nee, ist gut. Oder so? Ja, Kruzifix hat nicht funktioniert. Das hat ja wunderbar funktioniert. Foto ging, aber Kruzifix nicht. Sollen wir nochmal rein? Nichts passiert. Puh. Nochmal rein? Ähm, also... Chat, Chat ist kaputt. Chat, sei denn noch da, oder? Ich bin irgendwie auf die Taste gekommen. Wieder ohne Verluste geschafft, Bruder. Ja, wir sind schon die Besten, ne? 150 Dollar. Ah, da habe ich mich erschrocken, als er da... Oh, du schreist, du schreist, du schreist. Also, sorry. Das war voll der Bastard. Ich muss mir den nochmal angucken. Zügeln Sie sich. Ist das Foto von Geist wo? Oh, da ist das Foto von Geist. Hier ist der bei mir. Oh, hier ist der bei mir. Oh, schick. Guter Anzug. Guter Anzug, ne? Ja. Aber dass der ausgerechnet da steht, Mann. Ich dachte erst, der packt mich. Wo ist der Johnny? I don't know. Hallo, Juni? Juni, Juni. Juni? Oh, Juni steht draußen vorm Fenster hier. Juni? Oh, Juni ist hier. Ja, ich bin dran. Bin dran. Einer von euch muss einen Job ausfällen. Ich nicht. Oh, ein Job. Highschool, Asylum, maybe? Mhm. Mir egal. Aber ich renne da nicht allein rum. Das könnte er vergessen. Ne, das ist alles nur Dinge. Aber ins Street House habe ich fortgeschritten. Das ist das Einzige. Ja, dann am da. Dann nebenbei da hat dich. Johnny, warum hast du mal crashes? Ich habe immer hin und wieder so einen Highping. Wie ich das damals auch bei O2 schon hatte mit dem Internet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe da zwischendurch immer so einen Highping. Und dann höre ich, ihr hört mich da nicht oder so. Und ich euch auch nicht. Und immer wenn ich den Highping habe, fliege ich dann raus. Mach das schon. Ich habe sogar extra Anbieter eigentlich gewechselt. Deswegen, ne? Und ich scheiße immer noch, Alter. Hihii. Und Start. Ja, wir beide sind Erste. Ja, ja. NASA Computer. Ja, ja, ja. Aber wir beide immer. Wie immer. Müsst ihr kurz vor Vollsucht. Dankeschön für die Müsse am 5. Hä? Ich glaube, das riecht am rechter, warum das so ist. Ich schniegsehseln. Hast du es kaputt gemacht? Ja. Äh, Lucky, was hast du für'n Dingens? Für'n Professor? Äh, ja. Kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen. Oder hast du das auf dem Dingens? SSD, das Spiel? Äh, wir brauchen ein Räucherstäbchen. Und Bewegungensensor. Carol Robertson heißt die. Und nur alleine. Oh, die gute Carol. EMF ist am Start. Dizzle. Ich hab... Wer nimmt Räucherstäbchen mit? Temperatur-Ding. Die holen wir später. Ja, du kannst dann mitnehmen, wenn ihr den Raum gefunden habt. Tschüss, Puffgeil. Tschuhus. Ist das ne neue Mab? Ne. Das ist mein Lieblingshaus. Echt? Hm? Soll ich das zahlen? Ne, weil das einfach so normal aussieht halt. Obwohl, das kenn ich gar nicht. Neu? Äh, äh. Oh, das Haus. Hier bin ich heute bei den Gratschmädchen gestorben. Ähm, was habt ihr jetzt alles dabei? Ich hab Temperatur-Ding. Wir haben hier auch schon 10 Grad. Unter 10 Grad. Unter 10 Grad. Oh, ne Klöpsen volle. Oh, EMF 5. EMF 5. EMF 5. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Ich hab dieses Board gefunden. Dieses Queever Board, wie das heißt. Reacher Board? Ja, ja. Frag den mal, wie groß dein Schwanz ist. So, das Problem ist, wenn ich das Reacher Board anmach, ne? Geben unsere Sensi-Dinge, die... Nein, nein, die Klappe! Katze, was ist mit dir? Nix mehr! Nein! Hallo, wie alt bist du? Ich habe ein Board hier. Möchtest du mit uns reden? Wie groß ist dein Schwanz? Gefriertemperaturen? Wir haben Gefriertemperaturen. War das EMF vorhin auf 5? Ja. Ja. Ist der hier in dem Raum? Hier, hier war kalt, ja. Ja, ja, hier ist kalt. Auf jeden Fall. Rede mit uns! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Willa, 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 willa! Oh, Junge! Mach das Schall's Ouija-Word aus, Junge. Mach das nie wieder an! So ne dreckige Pisse hier, ich bin raubmacht, bleib mich jetzt hier an! Der reagiert nur alleine, ne? Mach mal das Licht aus. Ja, ja, ja. Soll man komplett raus? Ja. Bist du hier? Wir müssen noch heraussehen, was das ist, ne? Nicht rein, nicht rein! Bewegungssensor? Ja, die war grad kurz vorn. Ja, wir haben alle Aufgaben. Haben wir ein Buch schon drin? Ja, ja, ich hab eins hingelegt. Haben wir schon ein Buch drin? Ja, ja. Aber wir wissen noch nicht, was für ein... Wir haben EMF 5 und Gefriert-Temperaturen. Ja, eins fehlt noch. Ah Mist, jetzt ist einer mit der Kamera durchs Bild gelaufen, aber ich glaub da waren oft. Ich guck, warte noch mal kurz. Okay. Mach mal bitte nicht so viel Licht an. Licht aus, bitte. Ich hab bitte noch eine falsche Kamera da hängen. Äh, warte. Die ist direkt im Raum. Soll ich rausgehen? Ja. 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 Wir haben auf. Dann haben wir Phantom. Dann Phantom. Dann haben wir... Das war richtig easy jetzt wieder, Alter. Ja, wir haben uns nicht erschrocken oder so. Wer hat das Board benutzt? Johnny. Ich. Kett. Das sieht man. Wow. Okay, fangen wir. Phantom einzeln. Phantom, ne? Ja. Ein Phantomschüler. Machen wir zu. Ja, let's go. Auf geht's. Ist zu. Wir fahren. Alle festhalten. Anschneiden. Tag, amigo. 80 Dollar. Ich hab Asylum auf Profi. Ach du Scheiße. Ja, geil. Ja, let's go. Aber ich geh nicht alleine. Ich hab folgende Frage, ne? Mhm. Was passiert dann, wenn man dann auch Profi hat? Also, was ist daran anders? Äh, da ist sofort aktiviert. Also, der kann dich quasi sofort angreifen. Äh, außerdem gibt's mehr Geld und wenn du stirbst, kriegst du kein Geld zurück. Gute Nacht, Memo. Warum sehe ich Mila nicht? Okay, alle bereit? He's third. Yeah. Okay, auf geh. Gusel, wusel. Was läuft, was läuft, was läuft? Oh, Milas Papa ist da. Was? Was? Oh, Milas Papa. So. Tch. Tch. Ich denke mal, dass diese komischen Geräusche, die hier abgespielt werden aus dem Rechner kommen bei mir. weil real magnum schlaf gut zu schaffen ist und du hast das spiel auf ssd ja klar alle spiele auf ssd naja deswegen die beiden nicht ich frage mich gerade die nachtschicht macht mit dem rollen tiktok mit kürtis und juni die habe ich vorhin getroffen diesmal muss das ein gucci-devil sein ja macht das licht im klub an wer hat man gucci bandana warum ist das so lecky alter wegen mila jetzt mal ehrlich halt die klappe nein das leckt tatsächlich wenn mila reinkonnectet der herr john taylor wir brauchen kurze fix wer bleibt oder oder wollen wir zu zweit gehen und der antwortet nur alleine wer geht mit mir ich brauche jemanden der emf ich kann emf mitnehmen soll ich nicht das radio mitnehmen eben etwas auch ziemlich wichtig von der nachtschicht zu tun keiner wer geht hoch wenn ich das finde wo sehe ich eigentlich ob das im f5 ist wenn das komplett ausschlägt mila im f5 ja genau warte mal kurz ok ja der halt kommt vom spiel ja der halt kommt vom spiel guck mich hier das wasser an habt ihr wasser? ja wir haben wasser bei uns gefriertemperaturen bei uns gefriertemperaturen gefrier nicht gefrier nicht gefrier nicht oh oh beide toiletten eben abtünden ich habe ein buch reingeworfen also davor das ist die maulende mythe wir haben 2 grad hier drin ja sag ich doch maulende mythe ich hatte schon 1,6 grad gehabt ok wie kommen wir jetzt anwenden ich glaube wir vorne der ist auf jeden fall im klo drinne hat einer kurz die fix bei schreib ins buch ja ja könnt ihr wir haben gefriertemperaturen ähm die geisterbox bräuchten wir noch und ne kamera auch ja dann komm ok wow so nah ja das ist halt echt leicht gerade passt schon zu hat einer Kamera dabei? kamera geisterbox? geisterbox habe ich auch dabei ich habe auch beide kurze fixe dabei wie heißt der typ? ok was hast du dabei? john taylor ja wir brauchen nichts mehr john taylor hier geht er auf gruppen? ne nur alleine dafür wir brauchen ok john taylor john taylor rede mit mir wir haben schon eine geisterbox egal john taylor john taylor bist du die maulende myrte wir müssen ins zweite klo ne ja 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 es ist hier auf jeden fall sehr kalt hier drin ist kalt hier drin ist kalt der hat reingeschrieben oder? nein nein das ist die box wow hier ist dreckiges wasser dreckiges wasser dreckiges wasser dreckiges wasser dreckiges wasser nice john taylor hier kommt sein zeichen guck mal nach hier ne ja hügelchen geschehen hügelchen John Taylor, bist du hier? Antwort nicht. Ich wette der Bastard ist hier drin. Geister-Obs. Wir brauchen nur ein Foto von dem, ne? Ja, schon wieder ansonsten. Wir müssen aber noch ein Foto machen. Wir müssen noch Zeuge von einem Event werden. Und Heimsuchung mit Kutifix veriteln. Okay. John Taylor. John Taylor. John Taylor. Telefon. Telefon. Das ist geilste Event, ne? Johnny, bist du ein Truck? Nee, ich bin hier vorne. You just call me on my cell phone. Gib uns ein Zeichen. Oder einen Yarrow. Das ist ein Phantom. Du musst nicht mehr mit dem Dude reden. John. Komm und zeig dich. Geht der auf Gruppen? Geht der auf Gruppen oder einzeln? Auf Einzelnen. Wir hatten da Lichter eingemacht hier. Ja. Bitch. Glaubst du ich hab Angst? Ich hab keine Angst. Komm und fühl mich doch. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Von dem IMF, weil das ist irgendwie Interaktion. Interaktion. Hier gibt es extra Marken. Was hab ich hier eigentlich für ein Ding in der Hand? Hat der nicht als Interaktion wahrgenommen? John Taylor. John Taylor komm und zeig dich. Damit hörst du Geräusche quasi. Werden die Tür zugemacht? Ich war das. John Taylor. John Taylor zeig dich. John Taylor. Oh, der hat doch Lichter hinten aufgemacht. Verpiss dich. Ja, hoffentlich hat er das Dings im Moment gezogen. Was komm her, John Taylor? John Taylor, komm her, ich hab keine Ahnung. Johnny Boy. Ja, die ganze Sicherungsplan. Komm her, zeig dich. Komm doch und töte mich, Motherfacker. John... 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 Ich hab deine Mama gekümmt. John... 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 Ich glaub, jetzt sind selber schon Geister oder sowas. Was denn? Nix, nix, alles gut. Wir brauchen noch Geister. Hallo. Hallo, Kipps. Miau Simba. Was ist denn, Tyler? John... 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 Oh, hier kommt Johnny! Hier kommt Johnny Boy! Wie, dann bist du noch im Klo? Ja, ja. Ja, ja, mit Köttlisch. Ach so, weil die Tür war noch geklappt. Wir knutschen grad bisschen rum. John Taylor, John Taylor. Wenn du die Tür wieder aufmachen darf, mit Kamera davor, dann können wir mitgucken. John Taylor. John Taylor, komm her. John Taylor. Ich glaub schon. John Taylor. John Taylor, komm zu uns. Ja, irgendwie... gar keine. Vielleicht ist unsere Sanity noch zu hoch. Wie ist unsere Sanity? Da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, jetzt ist der richtig sauer auf uns. John Taylor, komm und zeig dir. John Taylor, komm und zeig dir. John Taylor, komm und zeig dir. Ich hab all deine Pokémon-Karten geklaut, Motherfucker. Lass die Tür jetzt auf, du Bengel. Jetzt klatscht dir eine. Genau. So nicht, Freundchen. John Taylor, komm. Dann mach ich die raus. Äh, warte mal kurz. Mila? Ja? Das ist ein Phantom, das wird schwer, den zu fotografieren. Ja, aber das reicht, wenn du versuchst. Ah, siehst du, Mila ist schon wieder unter 30 jetzt. Ja, super. John Taylor, John Taylor, John Taylor. John Taylor, komm und hol mich. Ich bin verrückt. Hat ein bisschen gekrabbelt in meinem Nacken. Wir haben doch mit dem Kurz-Effekt hat schon funktioniert. Okay, dann wollte der schon angreifen. Was denn? Das Kurz-Effekt hat schon einmal funktioniert. Ja, ja, Kurz-Effekt. Ja, ja, Kurz-Effekt ist auch jetzt verschwunden. Komm, zeig dich, John Taylor. Der macht, glaube ich, rechts das Klo immer auf. Ja, das kann gut sein. Hallo? Okay, da war irgendwas. Ja, der hat das zweite Kurz-Effekt geholt. Ich glaube, jetzt hat der richtig Bock auf uns. Ich hab das. Ich hab das hier. Oh. John Taylor, komm und zeig dich. John Taylor. John Taylor, komm ein bisschen Cringe-Pommes machen im Klo. John Taylor. John Taylor, John Taylor, komm und hol mich. Get my sweet ass motherfucker. Warte hier in den Spiegel musst du das sagen. Der Spiegel ist aber kaputt, wo du hergeguckt hast. John Taylor, komm und hol mich. Warte hier in den Spiegel musst du das sagen. John Taylor, John Taylor, John Taylor. John Taylor, John Taylor. John Taylor, John Taylor. John Taylor, John Taylor. Come here. John Taylor, John Taylor. John Taylor. John Taylor. kein bock auf mich ich gehe mal raus wenn er jetzt kommt der hunde so nett seine mutter keine sorge mir ich komme wieder wie viel habe ich die tür bleibt auf junge ganz einfach wir haben keine angst vor dir falls das überhaupt ein richtiger namen schweinslutscher schweinslutscher john wir sind hier unten im klo wir haben deine klumpfüße gehört du kleiner bastard hobbit wir sind einfach viel zu krass schlappschwang ja komm wieder rein wir sind verrückt vorsicht hier sind verrückte da war ich bin John Taylor, komm und hol uns. Ich bin's, Mama. Oh, da war der. Komm her. Ja. Du dreckst auf. John Taylor. Wo ist der hin? Komm, Motherfucker, komm. John Taylor. John Taylor, du mit deinem dreckigen Knüppel in der Hand. John Taylor, John Taylor. John Taylor. Irgendeinen jagt der. Der ist rausgegangen, aber. John Taylor. Ich glaube, es ist schwieriger für uns, ihn zu jagen, wenn wir direkt im Raum sind. Meinst du? John, Johnny. Hier kommt Nida. Ja, da sind die Knüppel-Küdis. John Taylor. John Taylor. John Taylor. Ja, was rennst du weg von uns, du Bastard, Alter? Genau, zeig dir. John Taylor. Links, Schritte. John Taylor. Mann, jetzt hat der wieder aufgehört, Alter. Hey, hört mir zu, hört mir zu, hört mir zu. Ich weiß, wo der lang bleibt. Der kommt von da vorne und läuft hier, genau hier lang. Von wo kommt der? Der kommt aus dem Klo. Okay, ich bin hier dran. John Taylor. John Taylor. Ja, genau. Von da, wo ihr drin wart. Da, wo ihr drin wart. Von da kommt der. John Taylor. John Taylor. Von wo, aus dem Klo warst der? John Taylor, komm her. Ja, wo ihr drin wart, genau da. Ja, ich hab den gesehen, wie der aus dem Raum rausgeht, der Bastard. Genau. Ich hab keine Sipp. Ja, ich hab den weg hier vorne. John Taylor. Hier. Ja, ich werd dann da in den Raum gehen oder so. Ich werd mich hier in die Ecke stellen. Oder ein bisschen rumretten. John Taylor. Okay, kommt. Der kommt. Da, warte, der ist auf dem Klo. Hab kein Foto bekommen. Warte. John Taylor. Der ist im Klo, im letzten. Nicht in unserem. Komm schon. Der läuft Mila hinterher. Fuck. Ich hab keinen Schuss mehr. Lauf, Mila, lauf. Oh, verkackt. Mila, der ist hinter dir. Ich weiß nicht, du kriegst mich nicht, Johnny Boy. Du musst schon schneller laufen. Renn, renn, renn. Komm, Johnny. Komm, Johnny Boy. Der will dir am Arsch packen. Lauf, Mädchen, lauf. Glaub an dich, Johnny. Glaub an dich selber. Geh deinem Weg, deine Bera. Der ist immer noch hinter dir, der Bastard. Wer sich umdreht unter Lach, kriegt den Buckel vollgemacht. Ich spür, ich nehm den in den Schmitzkasten, ne? Okay, der hat aufgehört. Wir brauchen neue Kamera. Wir brauchen neue Kamera. Wir brauchen neue Kamera. Wir können davon. Ja, okay. Alles fertig. Wie, ja, ist der Dings von Turm. Den kann man doch gar nicht fotografieren. Oder? Außer wenn er mich tötet. Was für ein Schlappschwanz, alter. Richtiger Schlappschwanz. Oh, 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 oh. Kommen sie, kommen sie, alles fertig. Guten Tag. Hier ist mein Ticket. Kann ich bitte ins Galaxy rein? In die Drehne? Ja, hör rein. Ja, ich stehe in der Kontrolle. Ich geh einfach rein. Was für ein Schwein, Junge. Warte mal, warte mal, was haben wir denn jetzt alles hier? Phantom, ne? Ja, alles. Okay. Der war eine krass langweiligte Tür. Wir haben alles geschafft, sogar ein Foto haben wir vorhin dem. Reibst du gerade, reibst du gerade deinen Arsch an der Tür? Ja. Komm doch, Johnny Boy, komm doch. Bah. Loser. Loser. Hey, ich fahrt. Kein Wunder, der auf dem Bottich gestorben ist. Was ist denn das zu Johnny? Den hat der Blitz beim Kacken getroffen. Okay, ähm. Phantom. Sind wir dann durch? Habt ihr alles angekommen? Ja, ja, ja. Ich hab alles drin, ne? Ich hab alles drin, ja, ich hab alles. Okay, auf geht's, ab geht's. Und diesmal sogar wirklich ohne Verluste. Wow, echt? Hör auf zu jagen, Junge. Reicht jetzt, Kollege. Schwanz. Hey. Welcome back. Hey, das muss aber jetzt reinballern hier mit dem Cash. Hallo? Boah. 255 Dollar. Uh, uh, big money. Hau rein, Schott, ich schlaf gut. Warum war der, ich, das hasse ich, ne? Manchmal hast du so langweilige Mistviecher. Äh, warte mal. Äh, ich glaub manchmal kann man das schon vorher rauslesen, welcher Geist gefährlich ist. Ach ja? Der Typ soll mich in den Wahnsinn treiben, Mann. Ja, man kann wieder... Und nicht fünf Minuten lang der Mila hinterher rinnen, wie so ein Idiot. Äh, Hetzer schlaf gut. Ja, machen wir weiter nur einen, oder was? Ja, ja, ähm, ich schau gerade, ob ich irgendwo rauslesen kann, dass es schwieriger wird. Alles, was wichtig ist, willst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, er greift nur auf Hitschel, denn du bist bereit. Zack, Copyright Strike. Eh nicht. Ja, okay, hier kann ich nicht den Jungs auslesen. Okay, ich hab die Highschool auch fortgeschritten, Hans-Zülem auch fortgeschritten, Edgefield Street House auch Profi und Farmhouse. Ja, lass Profi machen, bitte. Das war Profi, ja. Lass wieder Profi denken. Okay, dann Edgefield ist das Einzige. Zack, Fluck. Okay, alle bereit? Ja. Ja. Oh, nur einen Moment bevor. Okay. Bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ihr seid doch gruselfrei, ich kacke mir halb ein. Ja, Bomfer, das ist nur gar nichts. Das Spiel auch kann ganz anders noch, glaub mal. Genauso, als ich hier unten hatte, als ich das erste Mal gespielt habe und dachte mir, ah, voll langweilig. Und dann das erste Mal gestreamt, Junge, ich bin weggestorben. Ich glaube, wir müssen der Mila mal echt eine SSD kaufen. Fotografieren Sie dreckiges Wasser. Machen Sie ein Foto? Okay. Ich nehme ein Buch mit und ein Foto. Der Richard Thompson. Ich nehme ein Temperaturdigme. Und der reagiert auf Gruppen. Geisterbox. Ja, ich habe ein Buch bei. Richard Thompson. Auf Gruppen. Geister-Event, Foto vom Geist und Waschbecken. Let's go, Juni. Go, go, Laser Show. Ghostbusters. Ghostbusters. Ach Bimperli, guck mal, ist das nicht süß? Hab den Raum. Wo? Der hat doch den Raum, warum gehen wir noch um? Hä, wo ist denn der? Der hat grad gefunkt. Johnny, wo bist du denn? Immer noch im Wohnzimmer. Achso. Warum ist das der Raum? Weil der unter 10 Grad ist. Ja, stimmt. Bitte selber ins Buch. Wir haben ein Bewegungsmelder hingehauen. Richard Thompson, kannst du mich hören? Ich bin's. Curtis, ich rede über Funk. Hallo. Hallo, ich rede grad mit dem. Wie viel läuft es in diesem Raum? Oh mein Gott. Das war... Okay, ich hab bisschen Gänsehaut. Richard Thompson, kannst du mich hören? Ja, du kannst mich hören. Du machst den Fernsehn immer an, aber da läuft kein Programm. Du miese Drecksau. Nein, lass ihn aus. Mach mal was Gutes an. Richard Thompson, zeig dich. Richard Thompson. Was haben wir gefriert? Trendfaltur, ne? Ne, gefrier noch nicht. Telefon. Mann, 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 nicht jetzt, ey. Ist doch scheiße. Wo ist denn das? Oh. Er könnte übrigens ein Poltergeist sein, oder? Ja, der schmeißt das Dach nur rum. Richard Thompson. Aber der spielt hier am Fernseher. Will er mich verarschen, Alter? Willst du mich prellen, Junge? Stopp nun. Richard Thompson, lass bitte den Fernseher. Ich lass nur alleine, weil der auch. Ja, ja. Er hat ins Buch geschrieben. Er hat ins Buch geschrieben und Gefriertemperatur. Gefriertemperatur und Buch. Richard Thompson, kannst du mich hören? Bitte kommunizier mit mir. Nichts erkannt. Idiot. Und lass den Fernsehen aus. Sonst knallts, Junge. 200k, sonst kriegst du ein Brett. Demon oder Jura. Richard. Was war das denn? Hast du einen fahren lassen? Ne, ich hab meinen Lippen so pfff gemacht. Der hat das Licht übrigens im Flur an und aus gemacht. Okay. Ich hol mal eben Räucherstäbchen. Richard Thompson, bitte rede mit mir. Ja, okay. Ich, du kannst eine Fernbedienung bedienen. Das ist gut. Das ist sehr schön. Mr. Thompson. Ich sehe, Sie lesen die Journal. Game Changer. Was hatten Sie denn für einen Beruf? Okay, das mag der nicht so. Was hatten Sie denn für einen Beruf, der Herr? Waren Sie vielleicht Handmodel? Mr. Richard Thompson, bitte reden Sie mit mir. Komm, wir wollen doch alle nur nach Hause. Wir brauchen einen Ort. So ein Schuhin. Richard Thompson, du bist ein Schuhin. Der will nicht reden. Aber der redet doch mit dir, indem der die Fernseher andere ausmacht, oder? Ja. Dankeschön. Ey, redet der nicht mit dem, der den Fernseher an und ausmacht? Das kann sein, aber wie soll ich das? Ey, der muss schon reden. Wir haben Orbs. Ähm, wer hat das? Ja. Guck mal, weil ich dir eine Hand habe. Das ist der Yuri. Was hast du denn da? Family. Bist du das gewesen? Ja. Ja. Mach nochmal. Mach nochmal. Mach mal an. Guck mal an. Siehst du das? Ne, ne, das sieht auf der Kamera. Das sehe ich auf Kamera. Okay, das ist cool. Das wusste ich nicht. Warte mal. Okay, wir brauchen noch ein Foto. Wir müssen Zeuge werden. Das ist aber cool, dass das funktioniert. Wie heißt der? Richard Thompson. Wie heißt Richard Thompson? Richard Thompson. 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 Das war ein guter Troll, Onkel. Ich hab Pizza. Danke, Jay. Richard Thompson. Danke schön, Jay. Aber die ist noch zu heiß. Genau wie ich. Richard Thompson. Danke, Jay. Zeig dich. Danke, Jay. Aua. Danke, Jay. Richard Thompson. Wir brauchen ein Foto. Richard Thompson. Und wir müssen Zeige werden. Okay, okay. Was ist hier los? Richard Thompson. Warum klopft mein Herz so komisch? Richard Thompson. Zeig dich. Warum klopft mein Herz? Richard Thompson. Zeig dich. Gibt's dir nicht gut? Hast du deine Tabletten nicht genommen? Guck mal, da liegt in der Tasse. Wer hat die Tasse auf den Boden geworfen? So geht das nicht. Männchen. Okay, der macht das Licht an. Oder ist da wieder Johnny mit der Fernbedienung? Das geht nicht mit einer Fernbedienung. Wo ist Johnny? Der hat den Ball geschmissen. Kann jemand in der Truck mal gehen und gu... Ich mach schon. Da rollt ein Ball. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Johnny, der ist bei dir. Pass auf. Der ist wieder weg. Der ist wieder weg. Der ist wieder weg. Der hat eine Sichel in der Hand, der Wixxer. Ich war gerade am Trinken, Junge. Ich war gerade am Trinken, Junge. Ich habe den übrigens gesehen, ne? Richard Thompson. Nur ich war am Trinken. Ich war am Trinken. Nee, ich war am Trinken. Oh. Der hat eine Sichel in der Hand. Profi. Julia schlaft gut. Ruhe. Ruhe. Richard Thompson. Zeig dich. Richard Thompson. Richard Thompson. Richard Thompson. Halt. Richard Thompson. 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 reinsetzen die geisterjäger ich habe ihn ich habe ihn ich auch ich auch ist das ne miese missgeburt ich hab ja gesagt er ist bei seinem sitzgissen der wuiz er ist am jagen zum glück bin ich raus die loser ihr trottel oh guck mal da ist er, ey jagt hier man, ey jagt johnny einfach weh eben, guck dir das an, ey jagt die kamera gewechselt wir brauchen nur ein event und wasser aber wasser kriegen wir eh nicht ja dann haben wir ab und wieder ohne verluste ich hab so ein gutes bild von ihm ich hab auch ein gutes gemacht auf mein bild guckt er aus dem fenster alter dankeschön otto 120 dolares tja johnny wuss gebettert er hat aus dem fenster geguckt und hat irgendwelche lieder gesungen johnny johnny das war der kamera dafür die fernbedienung guck dir mein bild an meine damen und herren hier trifft johnny sich selbst ist aber hängt sein schwanz da raus ist das sein schwanz was sagt er, 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 dass ich mir mit dem renngebäck gebettert hab, als er um die couch rum Cody 예�isch lee wird nicht gelacht, eigentlich musst er einem Angst machen ey, guck mal die zähne guck mal sein schwanz ja, aber seine zähne aus translator Ja, der wartet auf den Milchmann. Guck mal, der hat schwanz'n. Das ist schon echt eklig. Irgendeiner hat die Milas Arsch wieder fotografiert. Das war das nicht. Toll, das muss der Geist gewesen sein. Das war das nicht, man kriegt nur 5 Euro dafür. Mila, hast du gesehen, wie der Johnny gejagt hat? Nein. Guck dir das nachher an, ne? Das sah so gut aus. Eine Runde oder Schluss? Ich glaub, ich mach Schluss. Also, ich hab nichts mehr nach Profi. Also, wir können gerne Schluss machen. Gött, es macht Schluss. Oh nein. Chat, was machen wir jetzt? In die Gelehnte. Nein, ich will essen. Ich will in Ruhe essen jetzt noch. Dann machen wir Schluss. Nein, wir machen vor dem Ende. Im Gelände. Bitte nicht weinen. Bitte nicht weinen. Diesen Essen-Hutenabend noch wünsche ich euch auch. An alle, die jetzt noch im Chat sind und die reingesappt haben und die ich nicht vorgelesen habe. Falls ich euch mal nicht vorlese, tut mir das sehr leid. Dann bin ich konzentriert auf RP oder auf irgendwas anderes. Aber trotzdem aus tiefstem Herzen vielen lieben Dank für den Support. War wieder sehr witzig. Lasst dir schmecken. Tüdelui. Dankeschön. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft alle gut. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Und lasst euch nicht ancoachen. Ist noch irgendeiner live? Johnny ist da nicht da. Macht Dexus gerade irgendwas? Oh, bei dem Bau, beim Dexus geht Action. Ich mach Dexus-Dings dann wieder. Dexus-Pommes hier. Weil Johnny ist nicht da. Ich weiß nicht, wenn ich sonst reinen soll. Ähm. Wie gesagt. Schlaft alle gut. Benimmt euch bei Dexus. Baut keine Scheiße. Und vielen lieben Dank. Rein in die Ray-Pommes. Die Leute sollen keine Scheiße bauen. So. Tschüss. Gute Nacht. Und danke. Tschüss. Bis nachher. Tschüss. 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 Tschüss.